Ich sehe ja auch schon so ein bisschen so aus wie ein kleines Vanillekipferl. Ein bisschen blass und in der Mitte ein bisschen bauschiger. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing. Wir haben heute vermutlich einen der letzten Adventskalender, die ihr hier auf meinem Kanal sehen werdet. Und das ist einen, auf den ich mich persönlich sehr gefreut habe. Denn im letzten Jahr war der Alverde Adventskalender wirklich ein super solides Schätzelein mit guten Produkten, um so ein bisschen an Alverde ranzukommen. Wenn ihr mich kennt, bin ich absolut gar kein Freund von Naturkosmetik. Das hier könnte aber etwas sein, was mir und vielleicht dann auch euch gefällt. Ich habe ihn selber gekauft, 24 Türchen sind mit drin. Hier ist einmal der Preis. Ich habe ihn jetzt leider gerade nicht im Kopf, aber er war so um die 20 Euro. Und das ist schon wirklich gar nicht so schlecht. Falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Es gibt mittlerweile, ich glaube, 10, 15 Adventskalender-Videos hier auf meinem Kanal. Damit ihr die nicht verpasst, drückt gerne hier aufs Plüsschen und abonniert den Kanal. Und schaut mal in die Playlist. Ich habe eine ganze Playlist dazu gemacht. Heute aber mal so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Ihr kennt das Spiel. Ihr müsst diesen Emoji einmal nur in die Kommentare kommentieren. Und dann könnt ihr den Inhalt von sämtlichen Adventskalendern gewinnen. Ich habe wirklich mittlerweile sehr, sehr, sehr viel für euch. Postet fleißig rein. Je öfter ihr den Emoji in die Kommentare postet, desto öfter seid ihr natürlich auch im Lostop. Also ihr könnt auch bei den Videos vorher gerne nochmal raufklicken und kommentieren, sodass ihr dann natürlich eine größere Chance habt zu gewinnen. Falls euch dieser Look übrigens interessiert, der ist mit der neuen Disney Essence Catrice Sister Love Cruella Palette und den anderen Produkten aus der Kollektion geschminkt worden. Und ich muss sagen, I love it. Das Schöne an dem Adventskalender ist, er hat so einen kleinen Griff. Man kann ihn nicht auf... Doch, man kann ihn sogar aufhängen. Da nehme ich hier zwei Löcher. Also wenn ihr Adventskalender gerne aufhängt, habt ihr damit auf jeden Fall etwas Gutes. Averde ist die Naturkosmetik-Eigenmarke von DM. Wie gesagt, ich habe nicht so gute Erfahrungen mit dem Make-up. Ich glaube, das heißt dann aber Altera. Ich weiß jetzt nicht. Die kommen da immer durcheinander. Schön. Wir haben Tatsache kein Plastik in dem Adventskalender. Er hatte nochmal eine Umverpackung. Und innen drin, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, ja doch, haben wir Pappe. Also so eine Wellpappe in mehreren Schichten. Und dort liegen die Produkte drin. Der spart natürlich Unmengen an Plastik. Und finde ich, ist clever gemacht bei Averde, dass sie da auch dann wirklich auf Plastik verzichten, weil als Naturkosmetik-Marke unnötig viel Plastik zu produzieren ist natürlich nicht so gut. Starten wir mit einer Duschcreme Peeling. Das kommt in so einem kleinen Tübchen und soll nach Vanille riechen. Für extrem trockene Hautschippchen, um ein weiches Gefühl zu hinterlassen. Ihr wisst, ich liebe es dran zu riechen. Ist ganz, ganz zart. Das muss ich sagen, das ist bei diesen Naturkosmetik-Marken immer ganz schön. Die Düfte, die dort drin sind, sind nicht so overpowered. Also die beißen dir nicht in den Kopf, sondern die sind ganz zart und riechen tatsächlich auch... Ich will nicht sagen, es riecht natürlich, aber es riecht ein bisschen leichter und angenehm. Letztes Jahr waren die Duschgele und Bodylotions ziemlich gut. Ich habe mir auch tatsächlich danach sogar ein Duschgel von Averde mal gekauft, weil mich das wirklich überzeugt hat. Wir haben hier eine Pflegedusche Glitzer. So sieht das Ganze aus. Kommt auch hier im angepassten Design. In weihnachtlicher Stimmung Pflegedusche Glitzer mit Bio-Goldrote. Die Flasche ist zu 100% aus recyceltem Material. Das erkennt man tatsächlich auch. Also das ist nicht pur weiß, sondern es ist so ein bisschen gräulich und auch nicht durchsichtig. Ja, ich finde, Naturkosmetik riecht immer wie Alnatura. Also der Alnatura Supermarkt oder Dens oder wie auch immer die heißen. Wir haben eine kleine Handcreme. Auch die ist natürlich wieder im weihnachtlichen Design angepasst. Sehr, 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 sehr süß. Die muss ich gleich mal ausprobieren, Freunde, weil ich habe sehr, sehr trockene Hände gerade. Mit Shea Butter, Bio-Shea Butter. Oh, die riecht ein bisschen zitrisch. Ich liebe, das ist ganz verrückt. Ich mag die Düfte von Naturkosmetik total gerne. Es riecht immer so, ich achte auf meinen Körper. So riecht es. Okay, welches Türchen machen wir auf? Das hier ist ein Bio-Schaumbad mit Bio-Orange. Das mache ich jetzt natürlich nicht auf, aber ist mit Meersalz und Orangenschalen-Extrakt und Aloe Vera aus kontrolliert biologischem Anbau. Mit pflanzlichem Glycerin reinigt die Haut auf sanfte Weise. Kann man in die Badewanne machen. Man kann bestimmt damit auch duschen, wenn man keine Badewanne hat. Oder wenn man selber keine hat, dann kann man das Ganze natürlich auch ganz gut verschenken. Ich finde, wenn man sie alle aufgemacht hat, hat man ja sehr, sehr viele kleine Produkte. Und wenn da eins dabei ist, was einem selber nicht so gut gefallen hat, dann ist das natürlich etwas, was man auch seinen Freundinnen und Freunden schenken kann. Oder so ein bisschen an das andere hauptsächliche Geschenk ranzubinden. Wir haben eine Body-Lotion Glitzer. Auch die ist weihnachtlich angepasst. Alle Produkte, nehme ich an, sind an Weihnachten angepasst. Und wurden extra für diesen Adventskalender produziert. Mit Bio-Goldrote wieder. Also wir haben verschiedene Pflegereien mit verschiedenen Düften und Themen. Wir haben Goldrote, wir haben Vanille und wir haben Orange, glaube ich. Die riecht so ein bisschen nach Spekulatius und Nelke. Ich liebe diesen Adventskalender, obwohl ich die Sachen wahrscheinlich nie alle benutzen werde. Vielleicht sollte ich wirklich mal mit Alverde starten. Also wisst ihr, ich mag zum Beispiel die Produkte von Rituals total gerne, weil sie alle sehr besonders riechen. Ich finde die Drogerie-Duschgele riechen immer ein bisschen, ich will nicht sagen billig, weil billig klingt immer so abwertend. Aber die riechen halt nach Frucht oder nach Obst. Und die riechen immer recht süßlich und recht jung. Und ich bin aber ein totaler Freund von diesen erwachsenen, etwas herberen Düften. Und da ist Alverde bis jetzt immer ganz gut vorne mit dabei gewesen. Wir haben einen Naturkosmetik-Makadamia-Bio-Makadamia-Lippenpflegestift. Kann man immer ganz gut gebrauchen, gerade im Winter. Ist ja sehr, sehr schön. 4,8 Gramm sind mit drin. Ja, süß. Das nächste Türchen ist eine Bio-Pflegedusche mit, ich glaube, das ist Bio-Orange. Ja, das mochte ich letztes Jahr tatsächlich auch nicht so gerne, weil ich dieses Orangenthema nicht so gerne mag in Sachen. Das erinnert mich immer an Jaffa-Cake, diese Soft-Cakes mit dieser geligen Orangenfüllung. Und da, äh, äh, da kriegst du mich, kannst du mich mit verjagen. Und danach riecht das immer, wer das aber gerne mag. Here you go. Wir haben noch einen Reinigungsbalm mit Bio-Aloe Vera. Also auch hier wieder ein neuer Duft. Und morgens und abends aufs Gesicht, Hals und Dekolleté tragen. Und ein Massier mit klarem Wasser oder feuchtem Wattepad entfernen. Ach, das ist nur so ein... Ah, das ist ganz spannend. Meine Oma benutzt das von Martina Gebhardt. Das ist auch so ein Alnatura-Ding. Das ist auch so ein Balsam. Ganz, ganz zart. Das schäumt nicht auf. Es reinigt aber wirklich nur ganz gut. Könnte ich mir gut vorstellen, das Ganze gleich mal auszuprobieren, wenn ich diesen Look abschminke. Das nächste Türchen beinhaltet wieder ein Duschgel mit Bio-Zimt. Auch hier muss ich einmal dran riechen. Oh ja, auch sehr, 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 sehr zart. Nicht so intensiv nach Zimt. Für die Haare gibt es natürlich auch was. Und das ist ein Bio-Winterpflege-Shampoo mit Shea-Butter. Soll für eine intensive Pflege angegriffene Haare wirken. Ich habe es jetzt tatsächlich gemerkt. Wir hatten neulich einen Belastungstest unserer Heizung hier gemacht, weil wir sie natürlich noch nicht benutzt haben. Und wir wollten, bevor es jetzt wirklich kalt wird, einfach mal testen, funktionieren alle Heizungen. Und wir hatten die zwei, drei Stunden an, um zu gucken, läuft das alles, ist es laut, ist irgendwo was nicht dicht oder so. Und ich habe sofort gemerkt, wie meine Haut richtig, richtig trocken geworden ist. Deswegen im Winter, Freunde, gerade jetzt, wenn es kühler wird, so um die 10 Grad und noch kühler, cremt euch ein, stellt euch Wasserbehälter auf eure Heizungen, damit ihr eine Luftfeuchtigkeit ein bisschen mit drin habt. Vor allem im Schlafzimmer ist das ganz gut. Einfach beim Schlafen ist es auch gut für die Atemwege. Auch das ist etwas ganz, 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 ganz Neues, was ich so auch noch nie probiert habe. Ein Haarspitzen-Balsam mit Bio-Avocado soll für frische, gesunde Spitzen der Haare sorgen und denen einen schönen Glanz verleihen. Auch das finde ich sehr gut. Was mir auffällt tatsächlich bei vielen Produkten, jetzt auch hier gerade, ist, dass auch immer der Fokus auf Glycerin gelegt wird. Glycerin war immer etwas, was nie so bekannt war. Und mittlerweile, da wir uns besser mit Inhaltsstoffen auskennen alle, steht auch Glycerin immer mit drauf. Weil es ist ein toller Inhaltsstoff. Fürs Gesicht gibt es das Bio-Gesichts-Peeling. Das muss ich einmal kurz testen. Das ist wahrscheinlich mit... Sind da Stückchen drin? Ja, da sind Stückchen drin. Riecht aber gut. Also ich mache keine mechanischen Peelings, aber wer das gerne mag, hat hier so eine kleine Probegröße. Oder die kann man auch sehr, sehr gut an den Beinen, an den Armen oder sonst wo benutzen, um den Körper so ein bisschen von toten Hautschiffchen zu befreien. Hier ist noch etwas drin. So sieht das einmal aus. Das ist eine Creme-Öldusche mit Bio-Mandelöl. Auch hier wieder Glycerin mit drin. Ist vegan und riecht auch hier wieder sehr, 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 sehr gut. Das riecht so ein bisschen nach Marzipankartoffeln. Ein Gesichtsfluid mit Bio-Kamelle ist ebenfalls mit drin. Auch das kann ich mir gut vorstellen, einfach um ein bisschen Pflege noch mit ins Gesicht zu kriegen und Feuchtigkeit ins Gesicht zu kriegen. Wie gesagt, das sind viele Dinge, die ich euch natürlich abgebe. Aber ist süß. Ich glaube, und das fühlt sich schon so ein bisschen an, also bei einem Pflege-Adventskalender, du weißt ja im Prinzip, was drin sein könnte, wenn du Altera, Alverde, diese Eigenmarken-Adventskalender kaufst. Dann wird da nicht, weiß ich nicht, ein Regenschaum drin sein. Sondern du weißt schon, okay, wenn du Alverde magst und gerne die Produkte testen möchtest, dann könnte das für dich was sein und es ist ja nur eine Information für euch. Wir haben noch eine Cremedusche mit Bio-Kakao und ja, das war der Duft letztes Jahr. Ich habe gerochen wie ein kleines Schokoladenplätzchen, habe ich geliebt. Das riecht... Ich bin so ein Duftfreund, Freunde. Ich würde so gerne ein Parfum rausbringen. Wir haben noch eine Bio-Vanille-Handcreme, die wandert direkt in meine Handtasche. Sobald Vanille mit drin ist, ist es meins. Ich liebe es, ich könnte mich in Vanille reinlegen und ich wäre gerne ein Vanillekipferl. In meinem nächsten Leben wäre ich gerne ein Vanillekipferl. Ja, ein bisschen mit Zucker und Vanille. Ich sehe ja auch schon so ein bisschen so aus wie ein kleines Vanillekipferl. Ein bisschen blass und in der Mitte ein bisschen bauschiger. Wow, wer das rausschneidet und per TikTok hochlädt, I can't. Wir haben eine Spülung, Winterpflege, Bio-Shea-Butter. Ich gehe jetzt mal ein bisschen schneller mit euch durch. Sieht auch sehr, sehr spannend aus. Was ich persönlich aber toll finde, ist das nächste Türchen und das ist eine Gesichtsmaske mit Aloe Vera. Bei Masken, finde ich, kann man immer bei Naturkosmetik nichts falsch machen. Die Maske danach ab. Da sind üblicherweise keine Produkte drin oder keine Stoffe drin, die die Haut extrem reizen. Außer vielleicht Duftstoffe. Da bin ich aber absolut der falsche Ansprechpartner. Ich verstehe auch ehrlich gesagt diese Verteufelung von den Duftstoffen nicht für die Allgemeinheit. Eine Person ein Problem mit Duftstoffen hat, dann weiß man das ja meistens und dann kann man das weglassen. Aber dass alle jetzt auf Duftstoffe verzichten sollen und müssen, das kriege ich nicht so in meinen Kopf rein. Eine Fußcreme mit Bio-Orange. Da könnte ich mich sogar noch mit arrangieren, dass wir das benutzen, weil es ist sehr weit weg von meiner Nase. Der weiteste Punkt von meiner Nase weg. Deswegen wäre das in Ordnung. Wir haben noch eine Body Lotion mit Bio-Mandelöl. Auch der Geruch war ja sehr, sehr schön. Hat auch wieder Sheabutter mit drin, Sonnenblumenöl und Mandelöl. Wir haben eine Softcreme. Ich weiß jetzt nicht, was der Unterschied zwischen Body Lotion und Softcreme ist. Riecht aber auch gut. Wie Bio-Macadamia. Sieht einmal so aus. Und drei Türchen, Freunde, haben wir noch. Und da haben wir hier eine 24-Stunden-Gesichtscreme mit Bio-Kamille. Das ist ein recht klassischer Duft. Einfach immer mit Kamillenblütenextrakt sowie Mango und Chorea-Butter. Was auch immer Chorea-Butter ist. Ist gut fürs Gesicht. Kann man gerne mal mit ausprobieren. Und dann haben wir, auch das finde ich für den Winter sehr, sehr passend gemacht, ist ein Bio-Hand-und-Nagel-Balsam. Ich kriege immer sehr, sehr abgekasperte Fingerkuppen und so. Die Nagelhaut sieht bei mir immer einfach nicht schön aus, weil es trocken ist. Ich schminke mich sehr oft ab. Ich desinfiziere mir wahrscheinlich zehnmal am Tag die Hände. Da sind Nagelcremes und so Nagelhautcremes immer sehr, sehr gut. Und das letzte Türchen, was wir hier mit dabei haben, ist ein recht großes Sachet. Und zwar ist das eine BB-Haarmaske. Was auch immer BB heißen soll. Bio-Argan, Bio-Mandel wahrscheinlich. Sieht so aus. Da kriegt man je nach Haarlänge bestimmt ein bis zwei Anwendungen mit raus. Auch da bin ich gespannt auf euer Feedback. Vielleicht können wir uns darauf einigen, wenn ihr eins der Pakete bekommen habt, dass ihr unter dieses Video danach schreibt, wie euch die Produkte gefallen hat. Dass ihr vielleicht fürs nächste Jahr einfach, ich dann nochmal darauf verweisen kann, dass unter den Videos auch immer ein Feedback von euch mit drin stand. Ihr könnt mir selbstverständlich aber auch gerne euren Liebsten Adventskalender schon mal hier in die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr euch ja mittlerweile doch schon entschieden. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart. Und wir vorschlagen, wir sehen uns schon ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.